Das Fazit fällt positiv aus. Wir sind zufrieden, wie es gelaufen ist. Wir hatten drei Spiele. Das ist gut mit dem Viertelfinale. Mehr ist momentan, wenn man relativ ist, nicht drin für den deutschen Schiedsrichter. Wir haben eine ziemlich starke Mannschaft und deswegen ist unser Weg irgendwann zu Ende. Aber das ist kein Problem. Wir wollten die Spiele, die wir bekommen, ordentlich pfeifen. Ich denke mal, das ist uns auch gelungen. Wir fünf waren ein gutes Team, haben uns gut verstanden. Auch das war mir wichtig im Vorfeld. Hat auch geklappt und deswegen glaube ich, können wir ganz positiv auf das Turnier zurückblicken.